Star Trek Online Star Trek Online sw esas man reint ja das Standard Team Schön, dass ich das nicht mit zwei Leuten machen muss. Ich rechne mit Schlägereien da drin. Arribate hat ja eine ziemlich dicke Waffe da hinten. Was ist denn das eigentlich gleich nochmal? Eine Antiborg-Antiprotonen-Stürm-Stürm-Minigun. Minigun? Das ist eine Minigun? Boah, krass. Mit dem sollte ich sprechen, oder? Genau. Jolan Tru Agmere. Wir wissen es zu schätzen, dass Sie sich für unsere Angelegenheiten interessieren. Derzeit kämpfen wir mit einem Versorgungsproblem. Es gibt hier einen Ferenggehändler namens Mark Rand. Er scheint sehr wohl zu wissen, wie man Profit macht, aber hinsichtlich der Nachbefolgung unserer Sendungen scheint er Nachhilfe zu brauchen. Ich habe versucht mit ihm zu sprechen, aber er scheint jegliche Konversation nur als Versandlungsverhandlung zu sprechen zu interpretieren. Ich möchte aber ungern Tetan mit diesem Problem noch weiter belasten. Kylo erschluckt vor, einen dritten zu nehmen und das Problem zu lösen. Wären Sie bereit, in unserem Namen mit Matran zu sprechen? Vielleicht können Sie ja etwas erreichen. Genau, selbstverständlich. So, wenn ich Matran wäre, würde ich mich da verstecken, wo auf der Karte das Ausrufezeichen ist. Ich wollte mich nur mal umstellen. Gibt es ja eigentlich Anomalien? Nein. Gut, ist das aufgeklärt. Wäre natürlich eine Sache gewesen. Das sind wahrscheinliche Romulanische Schiffzeichen. Romulanische Jäger? Wow, ich glaube, den schauen wir uns mal aus der Nähe an. Einfach so zur Gaudi. Ja, nett. Wo ist denn da vorne? Wo hinten? Ich nehme an, das ist hinten, wo die Wobbundeln sind. Ja, doch Romulanisches Design unverkennbar. Komisch, dass bei den Romulanern alles irgendwie grün ist. Ich habe mal in einer Gießerei gearbeitet, da hat man die Maschinen auch grün gestrichen. Da sollte man sich wohl wie im Wald draußen führen, weil irgendwie klappt das natürlich nicht. Grün ist halt trotzdem eine freundliche Farbe, kann man halt etwas sagen, muss man bitte. Da sitzt der da, wie der große Naguszek persönlich. Hey, das ist eine restriktierte Bereich. Nur sehr wichtige Leute wie ich haben, haben Zugang. Ja, ja, äh, stoppt, das ist Sperrgebiet. Hier haben nur wichtige Leute wie ich Zugang. Oder sind sie eventuell auf der Suche nach einer Handelsgelegenheit. Nun, da ließe sich sicher etwas einrichten. Wir möchten mit Ihnen über Unregelmäßigkeit in dem Nachschubpapier entsprechen. Let me guess, Lieutenant Teneng is complaining again. Ich stand by my paperwork and my inventory. Es ist nicht meine Schuld, dass die Romulans nicht counten können. Sie haben keine Lobes für Business. Look, Sie können die Cargo Manifests selbst reviewen und matchen mit den Suppen in den Kraten. Aber ich bin sicher, dass ein großer, wichtiger Starfleet-Officer wie du selbst hat mehr wichtige Dinge zu tun. Wenn du aber auch nicht interessiert möchtest, schau dich selbst aus. Die Terminals in der Warehouse haben das Manifest. Und die Kraten sind nahe. Das entscheide immer noch ich. Lassen Sie mich raten, Leute. Tanegar hat sich wieder beschwert. Ich stehe zu meinen Unterlagen und meinem Inventar. Was kann ich dafür, dass die Romulans nicht zahlen können? Sie haben einfach kein Ohrläppchen in das Geschäft. Vielleicht ist denen Gold oder Credits einfach nicht so wichtig wie dir. Geben Sie doch die Ladelisten selbst durch und gleichen Sie sie mit den Vorräten ab. Aber ich glaube, ein wichtiger Sternenflottenoffizier wie Sie hat wichtigeres zu tun. Wenn Sie sich dennoch damit abgeben wollen, eben mal zu. Die Listen sind in den Terminals im Lagerhaus gespeichert und die Kisten stehen auch ganz in der Nähe. Ich würde Ihnen helfen, aber ich habe reale Arbeit zu tun. Oh, und nicht mir die Orioren. Es sind Subkontrakte, die für mich arbeiten. Viele willige Hände zu helfen, wenn Sie wissen, was ich meine. Also, Ladelisten prüfen an den Terminals im Lagerhaus und Kisten vergleichen. Was man halt so tut, ne? Als Sternenflottenoffizier. Ich bin gespannt, wann die Leute sich hier von mir gestört fühlen und angreifen. Kann ja nicht lange dauern. Bin ich hier richtig? Ich denke schon. Ladelisten herunterladen. Und jetzt? Okay, Ladelisten herunterladen und mit Ladung vergleichen. Wie vergleiche ich das jetzt mit Ladung? Mal zwischen den Kisten durchgehen. Was ist das für eine? Eine Oriona-Arto. Der hat nur Oriona. Natürlich die Vertrauenswürdigsten Leute der Galaxie, ne? Mal Ladeliste herunterladen. Ja, ich habe die Ladeliste heruntergeladen. Jetzt möchte ich sie auch gerne vergleichen. Wenn es nicht zu viel Mühe macht. Also, so wie ich diesen für Renke einschätze, geht sie bestimmt nicht mit rechten Linken zu. Na, wo geht es denn jetzt hier weiter? Ich könnte ein bisschen schneller laufen. Aber wie vergleiche ich das jetzt? Na, wird sich schon finden. Ich gehe jetzt einfach mal den Westpfeilen nach. Da oben auf der Minimap sieht man drei. Das ist komisch. Die Irren, die führen mich gerade in die Irre irgendwie. Jetzt ist da oben noch einer. Ja, und der reicht mir zur Note auch. Mh. Ah, da ist eine Konsole, okay. Ladeliste herunterladen. Jetzt habe ich drei Ladelisten heruntergeladen, aber verglichen habe ich immer noch nichts. Sind hier wieder zwei Konsolen, oder was? Da ist noch eine, ja. Ich muss wohl, warte mal, äh... Ah, da blitzt was. Inventor mit Ladeliste abgleichen. Captain, in dem Manifest steht, dass diese Kiste industrielle Energiezentren enthalten soll. Doch alles, was ich hier sehe, sind ein paar selbstsichten Geschäfte-Volzen. Der versucht wohl, er steuert seinen Hinterzehn, hm? Offenbar sind die in der Nähe dieser Konsolen. Das ist ja meine Güte, sie sind ja sogar auf der Minimap mit dem Kringen markiert. Und ich, Blindfisch, sehe es wieder nicht. Ladeliste sollte da sein. Drei Monatsvorrat für das Wissenschaftssteam bei Adlai sein, aber die Hälfte der Kisten ist leer. Gut, der klaut wohl einer. Jetzt werde ich wohl doch nochmal in den Dings von vorhin gehen müssen. Na ja, was hilft's? Ich halte so. Ladeliste ist auch ein grüner Kirene, da gehen wir jetzt mal hin. Da streichelt wieder jemand sein Pribbelchen, das ist bestimmt der Eliza. Manchmal ist die Karte einfach... ...einfach besser. Boah, ey, also... Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bomben, den schätze ich. Ah, da blitzt was, okay. Diese Giste soll Baumaterialien erhalten, aber sie ist leer. Okay, da ist was verschwunden. Da links müsste eigentlich was sein. Jawohl, da blinkt's. Das ist kein Deliz am Erz. Diese Manifeste sind völlig falsch. Gut. Dann folgen wir dem letzten Pfeil. Ich nehme an, das ist dieser kleine Rumble links. Links oben, in einem Minimum, die jetzt gerade zu sehen. Und ich traue mich mit, nachdem wir alle Kisten untersucht haben, geht's hier runter. Aha, da hinten sind die Kisten. Und da muss ein Terminal sein. Ladeliste herunterladen. Also wenn das eine Minigun ist, Gott, was ist eine große. Sie haben die Ladeliste heruntergeladen und... Inventar mit Ladeliste abgleichen. Alte Uniformen, weil sonst sollte jemand in der Box mit der Aufschrift Schnussschwein Joe aufbewahren. Sehr dubios. Wird wohl noch genau eine Kiste sein. Und eine Ladeliste. Ich hätte mit dem Talgier anschließen sollen, sagt da einer. Und dann? Was dann? Da muss was sein. Ich sehe doch da... Sag mal. Hallo? Über mir vielleicht? Oder kann man da durch? Nee. Hä? Das kann doch nicht wahr sein. Wie nah kann ich ihn da ran? Da ist gar nix. Wo sind dann das letzte, wo ich hin muss? Ah, hier. Na gut, da kann ich lang suchen. Und ich dachte, das grüne Dings, das wäre irgendeine Konzone. Dabei sind das meine eigenen Leute. Also da habe ich mich jetzt narren gelassen. Naja. Wie glaube ich, würde ich hier nicht hin? Ich würde nicht wundern, wenn die Orioner hier die Jäger reparieren und Schmuggelgut drin verstecken. Okay. Jetzt wird wahrscheinlich gleich ein wütender Goblin, hätte ich fast gesagt, Dings verrengekommen. Wer hat diese Manifeste geschaffen? Das sind keine Spaßvorräte. Es handelt sich hier um Teile der Höhlenpalzalon und alter Shuttles. Madran kontrollieren. Jetzt müssen wir wieder zu dem Kasper. Heute wird natürlich hoch erfreut sein, dass wir so gründlich gesucht haben. Klar, lädt uns jetzt zu Kaffee in Kuppen ein und sagt, setzt euch doch bitte hin. Und lasst uns in der Mord drüber reden. Mal dran konfrontieren. So, ihr checkt die Manifests? Und die Krates? Und sie nicht zusammen? Das stinkt doch nach Falle, das ist doch... Haben Sie die Lagerliste? Die Kisten überprüft und auch die Kisten? Sie stimmen nicht überein. So, ich hätte mitkommen sollen, dann hätte ich Ihnen zeigen können, dass die wertvolleren Vorräte in einem gesicherten Lagerbereich untergebracht sind. Man kann nie zu vorsichtig sein. Wissen Sie, jemand könnte Sie stehlen wollen? Ich werde Ihnen den Sicherheitsbereich öffnen. Er befindet sich am anderen Ende des Lagerhäuses. Da begeben wir uns jetzt mal hin und hoffen für ihn, dass das die Wahrheit ist. Nie und nimmer. Nie und nimmer. Du hast aber schon gesehen, dass das schwerweil war. Jetzt sind alle da. Gut, da runter. Ich glaube, die Waffe kann ich jetzt losziehen. Ich kann mir einfach die Taste nicht merken für Waffe ziehen. Das wäre nett, wenn da im Tooltip auch die entsprechende Taste dabei stehen würde. Dürfte ja technisch kein allzu großer Aufwand sein, die irgendwie mit der Tastaturbelegung zu verknüpfen. Und? Gebietskennen. Das links im Bild müsste selber einsetzen, weil... lesen meine ich. Ich bin jetzt hier gerade etwas verhindert. Ich habe doch gesagt, dass das eine Falle ist, ich meine. Tjo, was? Und worauf schießt denn du noch? Was? Wer und warum? War nur eine Granate, die ich übersehen hatte. Gegenstand nehmen. Hallo. Kleine Schildladung. Eine Xyndi-Küste. Schon lange keine Xyndi-Küste mehr gepumpt wurde. Schon wieder 24 Stunden her. Dann, Gegenstand nehmen. Was Grünes. Was ist denn das? Polylegierungsgewebepanzer. Das klingt interessant. MKX. Es ist nicht so gut wie meins, was ich jetzt habe. Aber irgendwer wird es schon brauchen können. Also besser als das ist es auf jeden Fall. Dann krieg ich den Arribett und... Wir fucking nicht lang. Der wird bei Gelegenheit ersetzt. Moment. Das ist MK7. Das ist... MK7. Die sind gleichwertig. Oh, äh, lauter rote Punkte. Schaut euch mal die Minimap an. Also... Ab jetzt geht's rund. Eine Heilung bitte ins Aribet bitte Eine Heilung bitte kleines hypospray mittlere energiezelle und was noch kleines hypospray dann kriegt das hier will habe ich dabei eliza ist auch dabei das kann sie ruhig machen brauchen das ist von einem Dienstoffizier aufgegriffen. Ich weiß aber nicht mehr was. Ja, hoppala. Hat sie sich auch plattgegeben. Na super. Dann hat sie es wohl nötig gehabt. Finde ich mal an. Jetzt habt ihr es natürlich nicht richtig sehen können. Sorry, Leute. Gut, wir schießen uns weiter den Weg frei. Interhalt habe ich jetzt zweimal drin. Na klar, das ist auch nett. Oh, oh. Oh, oh. Ich muss mich mal kurz ein bisschen verpissen. Wenigstens ein bisschen auf Distanz gehen. Ja, genau deswegen. Das wollte ich eigentlich gerade vermeiden. Ja gut, meine Mädels schaffen das. Da bin ich sicher. Die retten mir nicht zum ersten Mal den Hintern. Ja, ich werde jetzt auch gar nicht um Gnade winzeln oder Hilfe oder so. Ah, ja, ja, ich schalte euch das mal an. Was für ein Gemetzel. Aber mit Antiborgwaffen ausgerüstet bin ich der Einzige, der direkt frisst. Besten Dank Scherz. Gegenstand nehmen. Scharfschützengewehr, naja. Ich denke, dass meine Sachen besser sind. Energie und Dings in der Panzer. Taktik-Kit, Imker, irgendwas. Imker. Da habe ich schon was Besseres. Macht nichts. Ist was wert und wir können Credits brauchen. Momentan habe ich mehr Bedarf an Credits als früher. Wegen der Sonderaufträge. Und? Äh, hallo. Ne, falsche Tastung. Energie-Dämpfülles Gedöns aufbauen. Waffe wechseln. Da ist noch einer. Moment, komm her. Flanking, ja, waffe wechseln. Flanking, ja, waffe wechseln. Flanking, jawohl. Und der Rückseite mit dem Schwert bearbeiten. Und alles ist, alles wird gut. Was, bist du ein Gegner? Ui, die schießt aber wild um sich. Arribet mit ihrer neuen Wummer. Hey, physischer auch mit Tensionspanzer. Ja, wir können sehen. Also dafür habe ich doch garantiert, die Verwendung. Ist der besser als meiner. Mit, äh, 10 plus 10 plus 10 physischer Schaden. Ich mache mir Schaden damit. Ja, äh. Phase, erst mehr, bisschen, bisschen besser ist er. Aber ich glaube jetzt, äh, so krass ist der Unterschied nicht. Belaya, meine Heilerin, kriegt dann den hier. Da brauche ich nicht lang überlegen. Und dann, wie schaut's noch aus, Eliza. Hat schon was, das schaut besser aus. Gerade ist ja. Jo. Bei dir lohnt sich das. Gut. Den hauen wir da vor. Ich denke, der ist sogar schlechter als der da, letztendlich von den Werken her. Ja. Dann, du kannst die Schildladung haben. Und dann, dieses Intensivstrahlgewehr brauchen wir nicht. Bringt aber Credits deswegen da runter zu dem Verbrauch. Also, wie gesagt, wie ich schon mal sagte, immer Ordnung halten im Inventar. Dann gibt es auch keine Probleme mit durcheinander und so. Schauen wir mal. Achso, Hinterhalt und dann Schadenspuff. Und ich liege schon wieder am Boden. Sag mal, was ist denn da los? Ich muss mal wirklich gucken, woran das liegt. Das gibt es doch nicht. Meine Mädels kommen besser klar. Äh, Belaya, würdest du mir bitte aufhelfen? Ich glaube, ihr schafft das sonst nicht. Oder wer auch immer. Egal. Genau. So. Und wo liegen denn meine Leute? Moment. Ah, hat sich erledigt. Gut. Dann Gegenstand nehmen. Hol die Legierung des Gewebe- Gedönns. Elisa, was hast du denn? Dürfte ungefähr gleich gut sein. Alrusia. Ja, das wurde ein Fortschritt. Dann nehmen wir. Das hatten wir ein anderer. Oh, äh, ja. Auf jeden Fall. Und Elisa könnte was zur Heilung brauchen. Ist das 3-2-3-2. Und meiner ist trotzdem besser gesorgt. Gut. Also es lohnt sich offenbar hier die Gegner zu booten. Ja, wenn die nicht in die Minen reintreten, sind die leider nutzlos. Es wird Diese Leute hinterlassen sie nichts. Oh. 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 und spät zum einen, jetzt nicht. Gut, wo geht's denn weiter? Da sind noch welche, da hätte ich oben bleiben können. Klar, da fangt schon ein Fail, macht nichts. Ich weiß, die Zeit ist gleich rum, aber ich denke, das hier ist gleich rum, deswegen lasse ich das in dem Video. Oh, oh, ach du Schande. Und ich lieg wieder im Dreck. Das ist super, ich glaube diesmal haben meine Mädels ein Problem. Dieser Peter, der ist übel. Kaldriss, er wird das nicht schaffen. Oder doch? Wie weißt du, wenn das der letzte Gegner ist, dann vielleicht schon noch. Ich sehe nur leider nichts. Nach Hilfe rufen, ist jetzt irgendwie Quatsch. Kaldriss ist mit sich selbst beschäftigt. Kaldriss steht da hinten. Okay, Erispawn. Irgendwo ist die da hängen geblieben. Drum hat sie auch überstanden und drum waren wir auch zu wenige für den Kampf jetzt. Aber das macht nichts. Wir haben ein bisschen was erreicht. Einiges von denen sind weg. Und ich denke, ich schieße trotzdem, wenn ich schon mal hier vorbeilaufe. Mir da drin den Weg frei. Ach, das geht gar nicht. Ich bin hier falsch. Ich bin hier gut. Ein bisschen rüber noch. Und das schaut wieder nach ziemlich vielen aus. Ich denke, wir werden... Ich werde hier was platzieren lassen. 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 Genau. Ich werde hier ... Ich werde hier mal zum nächsten aufieren. das ist meine combo ich habe das erste mal ein combo geschafft glaube ich zumindest ist mir das erste mal aufgefallen und dann machen wir uns endlich und die letzten zwei oder drei ja noch verdrescht oh das sind doch ein paar mehr als zwei oder okay gegenstand nehmen und noch einen irgendein spaltstrahl gewehr aber ich denke die werden mit dem was mir von den spezial auftreten haben das ding niemals mithalten können mit den antiport machen und den einfach den generatoren nach dann finden wir den ausgang von wegen so jetzt sind nur noch die zwei pausen kasper bei denen wir vorhin abgekackt sind dran die werde ich mit zumindest anfangs mit der mit dem fernkampf und irgendwo muss dann der ferrenge dabei sein sitzt er noch in seinem stuhl moment und wir müssen den aufhalten du erst mal kriegt der da hinten noch eins auf die fresse wir machen das hier wir machen das hier gründlich ich bin gestunt na toll ich hatte keine Wahl die Talsiari kontrollieren meine Familie also sie haben meine Asseite und latinum ist wie eine Familie zu einem Ferengi bitte 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 auf einen humble businessman ja ja habt mitleid mit einem armen geschäftsmann der arm geschäftsmann geschäftsmann oh 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 ich möchte mich verpissen ich möchte mich verpissen ja genau deswegen äh schafft sie das oder schafft sie das nicht Aribet also den wenn du schaffst Respekt ok ne respawn mein Gott ist das so das ist ein Brocken egal wie ich will den haben den Kerl tut ich denke ich hole mal Hilfe von meinem Raumchef das ist jetzt genau der richtige Moment ich habe schon wieder so viel Dreck gefressen umso wie man Worte dann ist das ein Drama nicht nein falsche Taste ach Gott ein falscher Taste nur zum gestorben so zu sagen also meine drei Mädels könnten das schaffen äh eh weil ich ich sind Germany die ich du bist Mediziner hallo ja war ja klar ist jetzt eins auf den löffel und links macht schlecht zwar ich habe die waffe gewinnt gut dann verfügbare belohnung marken von neuromulus nehmen wir doch das haben wir gekriegt weil wir gründlich waren vermutlich mal jetzt nicht gegenstand nehmen gegenstand nehmen noch mehr gegenstände ich verteile die mal gerade offscreen dann geht es weiter bis dann mache ich kurz pause beziehungsweise fangen wir mit einer neuen aufnahme an bis dann willkommen zurück wir sind hier immer noch in dieser instanz auf neuromulus und habe uns eben durch dieses lagerhaus durch geschnetzelt ich setze jetzt mal eben diese eben gewonnenen 480 die litium in meinen aktuellen auftrag hier ein hier meinen ruf auftrag dann sind immerhin schon mal 1300 also fast zehn prozent drin und dann schaue ich mir diese konsole mal ganz kurz an die schaut irgendwie wichtig aus verschlüsselte daten herunterladen sie haben eine verschlüsselte datei heruntergeladen und nun sollte ich das lagerhaus verlassen was hat sie mit diesem auftrag da auf sich abgeschlossen einer biologischen spuren scannen ist fertig ich setze jetzt einfach beziehungsweise nie ich lasse jetzt einen auftragsplatz frei vielleicht brauche ich noch und dann lagerhaus verlassen wenn sie ihr außen gehen ja gut das ist also auf jeden fall ein romulanische shuttle was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen oder ist die quest jetzt einfach fertig das ist also auf jeden fall ein romulanische shuttle was soll ich denn jetzt hier eigentlich machen spät wird leute man schon wie ein earth space doch okay das sollte ich machen aber es sieht so aus als wäre wenn wir jetzt hier einfach fertig und das ist es wohl gewesen ja in dem fall schneide ich natürlich diese kleine aufnahme eben mit dem letzten video zusammen und gut ist ich sag mal vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal